Ich bin der Rudi Hager aus Wächse und heute sind wir wieder zum Feierbrennen. Alle Jahre wieder zur Sonnenwende. Ich gehe jetzt hier rauf schon seit ich 13 Jahre bin und wenn es das Wetter gut zulässt, haben wir es eigentlich jedes Jahr geschafft, dass wir brennen konnten. Es war nicht immer so, muss ich sagen. Manchmal war es schwierig, kalt. Beim ersten Mal weiß ich noch, da hat es geschnieben. Wir sind trotzdem rauf gegangen und brennt haben wir noch nicht. Dann sind wir wieder runter gegangen. So einfach war das. Heute ist es einmal ein Traum. Da kann ich mich kurz zu Leibau herumsitzen, kurz zu Hose, warm ist. Um eine reine werden wir da noch zu hinten, halbe Zähne. Die Facken brennen dann so anderthalb Stunden. Dann ist es eh gescheit dunkel. Man sieht es schon von da auf von Wechsel. Und das hat einfach jetzt schon eine ewig lange Tradition. Und das ist jetzt mal wieder eine lässige Sache, ein Erlebnis einfach. Die Jungen muss man selber ein bisschen wieder sagen, wie toll, dass es da oben ist. Nunfangen glauben sie es nicht, aber wenn sie dann noch rumhocken und uns ein bisschen anschauen, dann sehe ich schon eine volle. So wie wir halt allweil noch, nach so vielen Jahren schon jetzt auch. Wechsel.